Herzlich Willkommen liebe Community, ich bin's euer Tom Paris und heute präsentiere ich euch Tipps und Tricks zum Single Player Modus in RAM. Ja, das ganze wird wie folgt ablaufen, ich werde euch jede Map Abschnitt für Abschnitt erklären, auf Probleme hinweisen, die ich während meiner Versuche hatte, so dass ihr sie später dann nicht mehr habt. Ansonsten gebe ich euch auch noch Tipps und Tricks zu Stellen, die ein wenig knifflig sind, das werde ich dann extra ansprechen und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß und Happy Rumping! Ja, diese Map ist nicht besonders schwierig, hier müssen wir drei Münzen einsammeln, dieser Booster ist entscheidend, das bedeutet ihr lauft kurz zurück, springt auf den Baum, springt hier einmal hoch und werdet hier die nächsten beiden Booster nehmen, ein Stück weiter laufen. Okay, das war jetzt falsch, hier kommt man noch mit dem Einzelsprung drauf, wobei, ja wie gesagt, wenn ihr keine Zeit beim Springen verliert, dann ist das auch egal. Nur ich glaube, der Einzelsprung ist deutlich besser. So, hier kommt die erste knifflige Stelle in der Map. So, ihr müsst hier, also ihr seht das, ihr müsst hier rauf und mit einem Doppelsprung hier drauf, ja und hier ist es wichtig, den Absprungzeitpunkt zu finden, das ist ungefähr beim ersten Stein. Ja und dann einfach in den Fahrstuhl springen und das war es auch schon. Ja, viel Spaß beim Nachmachen, euer Tom. Ja. Ja. Vielen Dank.